Fitness mit Marc Folge 365 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Gib ihm eine Langhantel und er ist glücklich. Marc Maslow. Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleibend Fitnesscoach von Marathonfitness.de Und in der heutigen Folge lernst du eine wenig bekannte Übung kennen für einen flachen Bauch. Wenn du dir einen flachen Bauch wünschst, dann ist meine Empfehlung, solltest du diese Übung unbedingt trainieren. Und auch wenn du einen starken Rücken möchtest, solltest du diesen speziellen Muskel trainieren. Und der Punkt ist der, viele Menschen haben einen unterentwickelten Transversus Abdominus, heißt der Muskel. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dann bist du wahrscheinlich Physiotherapeut oder Personal Trainer. Und wenn nicht, dann bleib einfach dran. Heute dreht sich alles um einen wenig bekannten tiefliegenden Bauchmuskel mit dem Namen Transversus Abdominus. Und wie du ihn mit einer 1 Minuten Übung wunderbar trainieren kannst. Viel Spaß und bis dahin. Oh, und bevor es gleich weitergeht, diese Folge enthält Werbung. Ich liebe bestimmte Produkte, die ich jeden Tag verwende, um dran zu bleiben für mein Training in meinem Alltag. Wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du das. Und ich bin angehalten, die auch als Werbung zu kennzeichnen, denn eine Empfehlung ist rechtlich auch eine Werbung. Ja, und wie du weißt, haben wir auch Werbung in diesem Podcast. Und diese Partner, die suche ich mir ganz bewusst raus. Auch das sind nur Firmen, die ich selbst cool finde. Und damit geht es jetzt weiter, bevor es gleich in die Folge geht. Sponsor dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag. Und das ist AG1 von Athletic Greens, enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Prebiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-ein-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Ja, heute geht es um das Thema flacher Bauch. Viele wünschen sich das, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau, ein flacher Bauch steht jedem von uns gut. Und ganz klar, das ist natürlich eine Frage des Körperfettanteils. Und es gibt Menschen, die haben ein Sixpack und keinen flachen Bauch. Der Punkt ist der, ein schwacher Transversus Abdominus, das ist ein bestimmter Bauchmuskel, den die meisten Menschen nicht kennen. Der führt dazu, dass dein unterer Bauch sich nach vorne wölbt. Und selbst bei schlanken Athleten können wir das beobachten. Mit der Übung, die du heute kennenlernst, trainierst du die wenig bekannten tiefliegenden Rumpfmuskeln. Und die sorgen für einen flachen Bauch und das Training dauert nur eine Minute am Tag. Klingt gut? Dann lass uns durchstarten. Ich habe es eben schon gesagt, der Körperfettanteil spielt natürlich eine Rolle. Trotzdem besitzen einige Menschen ein Sixpack, aber keinen flachen Bauch. Und umgekehrt brauchst du kein Sixpack für ein schlankes Profil. Wenn du starke Bauchmuskeln und ein schlankes Profil haben willst, dann darfst du alle deine Rumpfmuskeln trainieren. Und hier gibt es prominente und weniger bekannte Muskeln. Der prominenteste der Bauchmuskeln ist der gerade Bauchmuskel. Der nennt sich auch Rectus Abdominis oder eben Sixpack Muskel. Den kennt jeder von uns. Wenn du ein Foto von einem trainierten Mann oder einer trainierten Frau siehst, mit freiem Oberkörper oder bauchfrei, dann siehst du ihn meistens, das ist der Sixpack Muskel. Genauso sichtbar und genauso gut bekannt sind die schrägen Bauchmuskeln. Die sind rechts und links daneben, die Obliquid Abdomini heißen die. Und diese schrägen Bauchmuskeln, die kennen wir auch aus so Twisted Crunches oder Holzhacken am Kabelzug. Das sind alles Übungen, mit denen wir die trainieren. Auch die sind gut sichtbar und die kannst du auch fühlen, wenn du auf deinen Bauch rauffallst. Vorne fühlst du den Sixpack Muskel an der Seite, die schrägen Bauchmuskeln. Den Muskel, um den es heute geht, den kannst du nicht fühlen oder fast nicht. Es gibt einen Trick, wie du ihn fühlen kannst und dazu kommen wir gleich auch noch. Der liegt unsichtbar in der Tiefe und du kannst ihn eben nur dann fühlen, wenn du ihn wirklich gut kennst. Und am Ende dieser Folge kennst du ihn wirklich gut. Diesen Muskel, den darfst du stärken, wenn du dir einen flachen Bauch wünschst. Und der Muskel bringt dir noch weitere Vorteile. Er schenkt dir eine starke Körpermitte. Er lindert Rückenprobleme, falls die da sein sollten. Und er gibt dir mehr Leistungsfähigkeit und damit mehr Freiheit im Alltag und natürlich auch im Training. Obwohl dieser Musculus Transversus Abdominis so wichtig ist, liegt der Fokus der meisten Übungen, die du für den Bauch kennst, auf der oberflächlichen Bauchmuskulatur. Die meisten Bauchübungen trainieren diesen Transversus Abdominis nicht. Und dazu kommt, dass die wenigsten Menschen diesen Muskel überhaupt aktivieren können. Indem du lernst, wie du diesen Muskel aktivierst und wie du ihn auch trainieren kannst, vollendest du nicht nur den Look deines Bauchs, sondern auch die Stabilität deines Rumpfes. Und in dieser Folge erfährst du alles, was du über diesen wenig bekannten Muskel wissen musst. Lass uns mal mit der Anatomie beginnen. Was ist das eigentlich für ein Muskel? Was ist der Musculus Transversus Abdominis? Nun, dieser Muskel, der spannt den Raum zwischen deinem Brustkorb und deinem Becken auf. Also er ist der innerste deiner Bauchmuskeln. Die Bauchmuskeln liegen auf deinem Bauch und umschließen deinen Rumpf in verschiedenen Schichten. Und dieser Muskel, der liegt noch unterhalb der äußeren und inneren schrägen Bauchmuskeln. Er liegt direkt über deinen inneren Organ. Er beginnt oben am untersten Rippenbogen und endet unten am Beckenknochen. Und wie der Name andeutet, verläuft er transvers, also transversal, horizontal um deinen Bauch. Wie so ein Korsett. Deswegen heißt er im Sprachgebrauch auch Korsettmuskel. Denn dieser Muskel ist der einzige Muskel, dessen Muskelfasern den Rumpf auf diese Weise, also von vorne nach hinten, so parallel verlaufend, im Prinzip wie ein Gewichthebergürtel kannst du dir das vorstellen. Nur eben, dass du hier keinen Gürtel brauchst, sondern der ist schon mit eingebaut. Und deswegen ist es auch eine gute Idee, den zu trainieren. Welche Aufgaben hat der Transversus Abdominist? Nun, dieser Korsettmuskel, der übernimmt in vielen Alltagsbewegungen eine buchstäblich tragende Rolle, indem er deine Wirbelsäule stabilisiert. Und er stabilisiert dich praktisch in allen Lebenslagen. Wenn du im Haus umher spazierst, wenn du auf die Laufstrecke gehst oder wenn du Ausfallschritte trainierst. All diese Bewegungen aktivieren diesen Muskel. Jedenfalls sollten sie ihn aktivieren. Denn das ist leider nicht bei jedem Menschen so. Außerdem hilft der Muskel dir dabei, dass deine Bauchwand ihre natürliche Spannung beibehält. Die Bauchwand hat natürlicherweise, wenn dieser Muskel trainiert ist, eine Muskelspannung. Ja, und indem der Muskel den Bauchinnendruck erhöht, stabilisiert er deine inneren Organe und sorgt dadurch auch für einen flachen Bauch. Heißt umgekehrt, ist der Muskel nicht trainiert, ja, dann wird das leider nichts mit dem flachen Bauch. Daneben unterstützt der Muskel auch deine Atmung und zwar konkret die Ausatmung. Du brauchst diesen Muskel beim kraftvollen Ausatmen, wenn du ein Kind bekommst oder beim Aufbau der Bauchspannung vor schwerem Kniebeugen oder Kreuzheben. Ja, und da dieser Muskel an so gut wie allen Bewegungen beteiligt ist, ist ein starker Transversus Abdominus mehr als nur ein Showmuskel. Er schützt auch deine Wirbelsäule und die Muskeln, die auch in der Nähe sind, vor Verletzungen und Überlastung. Ja, und wenn dieser Muskel unterentwickelt ist, dann müssen alle anderen umliegenden Muskeln stärker arbeiten und die werden dann auch leicht mal überlastet. Das heißt, auf den Punkt gebracht, dein Korsettmuskel, das ist der Transversus Abdominus, ist ein tiefliegender Bauchmuskel und der umschlingt deinen kompletten Rumpf horizontal wie ein Gewichthebergürtel. Er hält deine inneren Organe an Ort und Stelle und er schützt und stabilisiert deine untere Wirbelsäule. Es ist also eine gute Idee, wenn du diesen Muskel trainierst und du profitierst davon gleich auf mehrere Art und Weisen. Wir hatten ja schon gesagt, dass dieser Muskel zu den Hauptstabilisierern deines Rumpfes gehört und deswegen unterstützt er nicht nur deine Wirbelsäule, er kann auch erwiesenermaßen Rückenschmerzen lindern. Er unterstützt die Funktion deines Beckenbodens und ergibt dir auch eine selbstbewusste, aufrechte Statur. Ja, genau, mit einem flachen Bauch. Lass uns da nochmal ein bisschen reingehen. Wieso ist das so? Wieso kannst du damit Rückenschmerzen lindern? Punkt eins. Nur starke Rumpfmuskeln schützen dich beim Training und bei allen Alltagstätigkeiten. Was du tust, das tust du sicherer und das tust du auch gleichzeitig leichter. Außerdem stabilisieren diese Muskeln die Lendenwirbelsäule in der Bewegung. Also den unteren Teil deiner Wirbelsäule. Und das heißt, bei so dynamischen Bewegungen, bei Spielsportarten, Fußball oder eben auch in bestimmten Situationen, wo du schnell mal reagieren musst, da stabilisieren sie deine Wirbelsäule und schützen dich vor Verletzungen. Es gibt verschiedene Muskeln, die hier eine Rolle spielen. Das ist nicht der einzige Muskel. Deine untere Wirbelsäule, die wird vor allen Dingen von folgenden Muskeln gestützt. Nur, dass du das mal gehört hast, musst du dich mitschreiben übrigens. Alles, was ich dir heute sage, findest du auch in den Shownotes. Und die habe ich dir wie immer in deinem Podcast-Player verlinkt. Da findest du den Link auf die Shownotes zur heutigen Folge. Oder du gehst wie immer auf marathonfitness.de-podcast. Also, welche Muskeln stützen die Wirbelsäule? Das ist erstmal der Muskel, um den es heute geht. Der Transversus Abdominis, der Korsettmuskel. Dann zweitens die Multifidii. Das sind so kleine Muskeln, die sitzen direkt an der Wirbelsäule. Drittens die Beckenbodenmuskeln. Viertens der gerade Bauchmuskel, hatte ich eingangs schon mal erwähnt. Der Six-Pack-Muskel, nennt sich Rectus Abdominis. Und dann eben die schrägen Bauchmuskeln. Fünftens, die schrägen Bauchmuskeln sitzen rechts und links außen vom geraden Bauchmuskel. Auch die sieht man, wenn die gut trainiert sind und du einen niedrigen Körperfettanteil hast. Ja, und Rückenschmerzen, die entstehen oft dann, wenn die stützende Muskulatur nicht ausreichend aktiviert ist. Du musst da keine Monstermuskeln haben, um vor Rückenschmerzen gefeit zu sein. Aber diese Muskeln müssen alle ordentlich arbeiten. Sie müssen auch im Alltag alle schön aktiviert sein. Das gelingt nicht immer. Gerade der Transversus Abdominis ist häufig, sagen wir mal, nicht so gut angebunden. Das ist kein DSL-Glasfaser, sondern es ist noch eine uralte Modem-Verbindung. Und das wollen wir ändern. Indem du also lernst, wie du deinen Transversus Abdominis aktivierst, kannst du Rückenschmerzen lindern, falls das für dich ein Thema sein sollte. Was dann auch passiert, wenn du diesen Muskel aktivierst, ist, dass andere Muskeln, die deinen Rücken stützen, auch noch koaktiviert werden. Die wachen also mit auf, wenn du diesen Muskel aktivierst. Klingt ganz gut, oder? Das bringt mich zum zweiten Punkt, zum zweiten Vorteil. Wenn du diesen Muskel aktivieren kannst und ihn auch stärkst, dann bist du besser vor Verletzungen geschützt. Denn du brauchst einen starken Rumpf und damit auch einen starken Transversus Abdominis, um deinen Rücken bei schweren Muskelaufbauübungen, wie zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben, zu schützen. Wir sehen auch häufig im Gym Leute, die mit dem Gewichthebergürtel rumlaufen. Ich bin da kein Freund, aber ich bin auch nicht dagegen. Ich selbst nutze so einen Gürtel nicht, aber die Gürtel, die nehmen dir auch die Stützfunktion gar nicht ab, sondern sie helfen dabei, diese Aktivierung sich bewusst zu machen. Also so ein Gürtel ist so eine Art Wink für dein Gefühl, wenn du trainierst, dass du deine Bauchmuskeln richtig schön aktivierst. Das geht aber auch ohne Gürtel. Zurück zum Thema der Transversus Abdominis. Ein starker Transversus Abdominis schützt deinen Rücken bei schweren Übungen, wie im Kniebeugen oder Kreuzheben. Und indem du lernst, deinen Rumpf bei Hebebewegungen maximal anzuspannen und zu aktivieren, stabilisierst und entlastest du deine Wirbelsäule. Und genau das wollen wir natürlich beim richtigen Krafttraining erreichen. Verletzungen, die treten nämlich vor allem dann auf, wenn die Wirbelsäule ihre neutrale Position unterlasst. Und unterlasst bedeutet in dem Fall natürlich Mitgewichten, die du auf der Schulter hast oder in der Hand. Und davon profitierst du natürlich wie immer auch im Alltag, zum Beispiel wenn du eine schwere Wasserkiste anhebst oder eine Umzugskiste. Und noch besser ist es, wenn man damit vielleicht mal stolpert, dann hast du nämlich noch die dynamische Belastung. Da ist es auch gut, wenn deine Rumpfmuskulatur das Ganze auffangen kann. Und Punkt Nummer drei, das war der Aufhänger heute, du bekommst einen flacheren Bauch. Übrigens, diese drei Punkte, Schutz vor Verletzungen, flacherer Bauch und Rückenschmerzen, da gibt es auch Evidenz zu. Ich habe dir die Studien wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Ja, flacherer Bauch, warum das Ganze? Nun, ein Korsett, das tragen Menschen schon seit Jahrhunderten aus ästhetischen Gründen. Das sorgt nun mal für eine schmalere Taille. Ja, und der Transversus Abdominis, das ist sozusagen dein eingebautes Korsett, der strafft die Taille, wenn er stark ist und arbeitet ganz genau wie ein Korsett. Ja, und genau deswegen schwören Figurathleten und Bodybuilder, bei denen geht es ja darum, einen Wettkampf zu gewinnen und eine schlanke Taille, die bringt einen Vorteil im Wettkampf. Deswegen schwören diese Athleten auch auf das Training des Transversus Abdominis. Dabei solltest du beachten, dass dieser Muskel unsichtbar ist. Der liegt unter deinen übrigen Bauchmuskeln. Und deswegen ist er auch nicht für das Sixpack selbst verantwortlich. Den kannst du noch so sehr auftrainieren. Du siehst dadurch auch bei einem niedrigeren Körperfettanteil nicht unbedingt muskulöser aus, aber deine Taille wird eben flacher. Der Bauch wird flacher, die Taille schmaler. Ein Waschbettbauch ist übrigens auch, auch hier nochmal erwähnt, eine Frage des Körperfettanteils. Und der Körperfettanteil, der darf recht niedrig sein, damit du die Bauchmuskeln siehst. Nicht jeder von uns, der zielt darauf ab. Das ist ja auch ein bisschen Arbeit. Darf man seine Ernährung umstellen und bestimmte Dinge mehr essen, bestimmte andere Dinge weniger essen. Darum geht es ja auch im Podcast, nicht in dieser Folge, aber generell. Also ein niedriger Körperfettanteil ist natürlich wichtig für ein Sixpack. Für einen flachen Bauch brauchst du nicht so niedrigen Körperfettanteil, aber du darfst eben diesen Muskel auf dem Schirm haben. Lass mich das also nochmal kurz zusammenfassen. Was sind die Vorteile, wenn du diesen Muskel trainierst? Nun erstens, ein starker Korsettmuskel ist eine Voraussetzung für einen starken Rumpf und er wirkt Rückenschmerzen entgegen. Er senkt dein Verletzungsrisiko und, na klar, sorgt für einen flachen Bauch. Schmale Teile. Ja, und gleich gehen wir mal ins Tränen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie dieser Muskel aktiviert wird. Und bevor es da gleich weitergeht, habe ich noch was zu feiern mit dir. Wir haben etwa ein Jahr Pause gemacht und jetzt, heute, öffnet unser virtueller Dranbleiber-Pop-Up-Store endlich für alle, die Motivation gern auf ihrer Haut bzw. ins Gym tragen. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, wir haben eine Kollektion, die machen wir immer für unsere Community. Wir arbeiten da mehr oder weniger kostendeckend, aber wir lieben diese Produkte und wir tragen die auch selbst. Und jetzt liegt gerade das neue Jahr vor uns. Und bei aller Fitness geht es uns doch um vor allem eines. Du willst dir etwas Gutes tun. Und das ist auch das Motto unserer aktuellen Kollektion. Die haben wir dieses Jahr für dich um ein ganz besonderes Accessoire erweitert. Und die Idee dahinter ist, dass dir jedes Kleidungsstück als mentaler Feel-Good-Anker zum Dranbleiben dient. Das ist so eine Art Reminder für deine Identität als Dranbleiber. Also, wenn du Bock hast, schau dich einfach mal nach Herzenslust um in unserer kleinen, aber starken Kollektion. Wir nehmen noch bis Ende Januar 2022, also bis zum 30. Januar exakt Bestellungen auf. Danach schließen wir den Store wieder und dann kümmern wir uns darum, die ganzen Bestellungen individuell zu fertigen und auszuliefern. Und dann würdest du deine Bestellung so Mitte, Ende Februar in deinen Händen halten können. Wenn du Interesse hast, ich verlinke dir den Link zum Dranbleiber-Shop und schau dich gerne um. So, und jetzt kommen wir zurück zum Training. Wir gehen nämlich jetzt zur 1-Minuten-Grundübung für einen flachen Bauch. Die kannst du überall durchführen, zu Hause. Die kannst du sogar im Sitzen oder im Stehen an der Bushaltestelle durchführen, wenn du möchtest. Im ersten Schritt darfst du nämlich lernen, deinen Transversus Abdominus überhaupt zu aktivieren. Das ist für die meisten Menschen die größte Hürde. Und darum geht es auch in dieser 1-Minuten-am-Tag-Übung. Also du brauchst nur eine Minute am Tag und wirst, wenn du das Ganze regelmäßig machst, dann auch schon einen Fortschritt sehen. Den Transversus Abdominus zu aktivieren, kostet tatsächlich ein bisschen Übung. Aber dieses Training bringt deinen Core-Workout aufs nächste Level. Versprochen. Wenn du nämlich diesen einen Muskel aktivieren kannst, dann ist es vielleicht das fehlende Puzzlestück für ein noch effektiveres Training. Nicht nur für deinen Rumpf, sondern auch generell. Denn den Rumpf, den brauchst du. Du brauchst Kraft im Rumpf für jede Grundübung, die du an den Gewichten durchführst. Und die Aktivierung dieses Muskels ist vermutlich die größte Hürde, die du nehmen darfst. Denn oft ist es eben so, dass die Geist-Muskel-Verbindung, also das Aktivieren dieses Muskels, das größte Hindernis ist. Und die funkt dann eben nicht im 5G-Tempo, sondern eher im kein Netz verfügbar oder vielleicht Edge-Geschwindigkeit. Wir haben ja schon gesagt, der Muskel ist tiefliegend und dadurch ist er auch schwerer fühlbar. Man kann das ja ganz gut machen, wenn du den Bauchmuskel anspannst mal und die Hände draufhältst, dann merkst du, der ist angespannt. Oder auch beim Bizeps, den kannst du berühren und dann anspannen. Und dann merkst du auch, jawohl, hier ist die Aktivierung vorhanden. Da er so tief liegt, ist es beim Transversus Abdominus nicht ganz so leicht. Aber wenn du weißt, wo du diesen Muskel fühlen kannst, dann kriegst du es trotzdem hin. Auf jeden Fall brauchst du ein bisschen Geduld. Das ist eine gute Idee, während du lernst, deinen Korsettmuskel zu aktivieren. Aus meiner Sicht ist der einfachste Weg, um diesen Muskel zu aktivieren, eine spezielle Übung. Die wird auch in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder genannt. Das ist die sogenannte ADIM-Übung, also A-D-I-M. Und die funktioniert so. Ja, wofür steht die Abkürzung? ADIM steht für Abdominal Drawing in Manöver, also Abdominales Einziehen. Und darum geht es hier auch. Alles, was du für diese Übung brauchst, ist ein wenig Platz. Und wenn du dich auf den Boden legst, also auf dem Rücken, dann kannst du noch eine Yogamatte drunterlegen, aber du kannst es auch so auf dem Fußboden machen oder auf dem Bett. Und die Übung ist schnell erzählt. Das sind vier Schritte. Schritt 1, du legst dich auf den Rücken, deine Knie sind gebeugt und die Füße flach auf dem Boden. Schritt Nummer 2, jetzt platzierst du deinen Zeige- und Mittelfinger, deiner rechten und linken Hand, Zeige- und Mittelfinger deiner rechten und linken Hand, auf deinem rechten bzw. linken Hüftknochen. Den kann man sehr gut fühlen. Ein bisschen unterhalb vom Bauchnabel, außen der Hüftknochen, den also mit dem rechten und linken Zeige- und Mittelfinger einmal fühlen. Und dann bewegst du beide Finger jeweils 2 cm nach innen, also in Richtung Bauchnabel, und 2 cm nach unten. Bist du an der Stelle, dann atmest du ein und dann tief aus. So tief, wie du kannst. Du atmest alles aus, was du an Volumen gerade in der Lunge hast. So tief, wie du kannst. Und dann, wenn du mit den Fingern ein bisschen reindrückst, dann merkst du, wie dein Transversus Abdominus kontrahiert. Vorher spürst du den nicht so richtig. Und wenn du dann ausatmest, so auf dem letzten Stück des Ausatmens, merkst du, da kontrahiert was da drin. Und das ist die Muskelspannung, die du fühlen willst. Diese Muskelspannung, die hältst du jetzt, während du normal weiter ein- und ausatmest. Das ist die Übung. Und das Ziel ist es, diese Spannung, während du weiter ein- und ausatmest, für ein bis zwei Minuten sicher halten zu können. Und es ist völlig okay, wenn du erstmal mit 10 Sekunden anfängst und dich dann von Tag zu Tag, und das ist eine gute Idee, diese Übung, die kannst du ruhig jeden Tag machen, langsam zu steigern und auf diese ein bis zwei Minuten zu kommen. Und du merkst, wenn du die Übung jeden Tag machst, wie es dir immer leichter fällt, diesen Muskel zu aktivieren und auch die Spannung zu halten. Und irgendwann kommst du dahin, dass du ganz natürlich im Alltag in diesen Muskeln eine höhere Grundspannung hast und dann wird dein Bauch natürlich auch flacher. Ich habe dir auch nochmal ein Video rausgesucht für diese Übung. Da kannst du das Ganze nochmal nachvollziehen. Das Video findest du in den Show Notes. Und sobald du diese Übung im Liegen beherrschst, kannst du sie auch im Sitzen durchführen oder im Stehen. Überall da, wo du deinen Bauch fühlen kannst. Das geht natürlich nicht so gut, wenn du gerade einen Anzug oder eine dicke Winterjacke an hast. Aber wenn du ein T-Shirt oder normaler sportlicher Kleidung irgendwo stehst, kannst du diese Übung gut durchführen. Und das Schöne ist, dass du sie praktisch überall durchführen kannst und sie so noch leichter in eine tägliche Trainingsroutine überführen kannst. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Es geht ja hier um die Aktivierung deines Transversus Abdomines, der wichtigste erste Schritt. Und diese Aktivierung, die kannst du mit den Fingern fühlen und ihn im Sitzen, Liegen oder Stehen trainieren. Wichtig ist, du hältst ihn isometrisch, also konstant kontrahiert. Da ist keine Bewegung drin. Du atmest nur normal weiter und versuchst das Ganze ein bis zwei Minuten zu halten. Ja, und wenn du das sicher beherrschst, dann kannst du tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und konkrete Bauchübungen trainieren, die diesen Muskel noch stärker machen. Das ist der nächste Schritt. Und da gebe ich dir nochmal ein paar Tipps. Es gibt eine Handvoll schöner Übungen, die du machen kannst. Die habe ich dir alle rausgesucht. In den Shownotes findest du die auch mit Videobeschreibung. Und davon kannst du dir jeweils so ein, zwei oder drei rauspicken und die regelmäßig trainieren. Vorher nochmal, was du wissen solltest, diesen Transversus Abdominus, den kannst du nicht so gut isoliert trainieren. Das geht mit anderen Muskeln viel besser und das musst du allerdings auch nicht. Sobald du diese Aktivierung, die wir eben durchgegangen sind, beherrschst, dann kannst du ihn mit den Übungen, die ich dir rausgesucht habe, noch richtig stark machen. Und ja, und das sind alles Übungen, die nicht nur deinen Korsettmuskel trainieren, sondern eben auch die übrigen Rumpfmuskeln mit einbinden und auf diese Weise für eine stahlharte Körpermitte sorgen. Das nochmal vorweg, dynamische Bauchübungen, wo du eben die Bauchmuskeln immer bewegst bei der Übung, wie zum Beispiel Sit-Ups oder Leg Raises im Hängen und was es da alles gibt, das sind keine Übungen, die geeignet sind, um den Transversus Abdominus zu trainieren. Damit erwischst du vor allen Dingen die höher liegenden, die äußeren Muskelschichten. Um den tiefliegenden Korsettmuskel mitzutrainieren, kommen vor allen Dingen statische Übungen in Frage. Das sind Übungen, bei denen du Muskelspannung im Rumpf aufbaust und diese Spannung dann hältst für eine bestimmte Zeit, ohne deinen Rumpf dabei großartig zu bewegen. Das Einzige, was du bewegst, sind die Arme und Beine bei einigen Übungen. Diese Position der Arme und Beine, die veränderst du eben bei einigen Übungen langsam und kontrolliert, aber der Rumpf, der bleibt statisch und kontrolliert und fest. Ich erwähne diese fünf Übungen mal. Vielleicht hast du die eine oder andere schon gehört. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn du sie schon mal gehört hast, dann reicht das dir wahrscheinlich schon als Anreiz und du kannst sie direkt mit ins Training einnehmen. Deswegen erwähne ich sie nochmal. Übung Nummer eins ist das sogenannte Schiffchen, wird auch Hohlkörperposition genannt. Diese Übung, die hatten wir auch schon mal erwähnt beim Handstandtraining. In einer älteren Folge kannst du gerne im Archiv nochmal reinschauen. Das Schiffchen ist eine wunderbare Übung für einen starken Rumpf und eben auch den Transversus Abdominis. Gehört meiner Meinung zu den effektivsten Übungen überhaupt für einen starken Rumpf. Super, wer die trainiert. Übung Nummer zwei, das ist der Käfer oder auf Englisch Dead Bug. Die Übung hilft dir dabei, deine gesamte Rumpfmuskulatur zu aktivieren, also diese Aktivierung zu trainieren und gleichzeitig arbeitest du auch an deiner Balance. Auch das ist wichtig, um die Rumpfmuskulatur zu trainieren. Übung Nummer drei nennt sich Toe Taps. Wer schon mal Pilates gemacht hat, der wird diese Übung schon kennen. Auch das ist eine wunderbare Rumpfübung. Übung Nummer vier, das ist der Bird Dog. Bird Dog ist ein bisschen in die Richtung wie der Käfer. Auch eine Balanceübung. Allerdings schaust du da auf den Boden, beim Käfer schaust du nach oben. Nennt sich auf Deutsch auch kniender Armstütz mit Arm und Bein heben. Da muss ich mal wieder lachen. Die deutsche Sprache ist häufig ein bisschen sperriger als die englische. Da mag ich den Begriff Bird Dog doch lieber. Also diese Übung Nummer vier, die fordert auch deine tiefliegende Muskulatur und den Transversus Abdominus, weil du hier im Vierfüßlerstand beginnst und dann musst du die Balance halten, während du deinen Arm und das gegenüberliegende Bein streckst. Die fünfte Übung, die kennst du garantiert, das ist die gute alte Planke. Eine großartige isometrische Übung für die gesamte Rumpfmuskulatur. Ja, und da darfst du darauf achten, deinen Bauch einzuziehen und maximal anzuspannen, während du die Übung durchführst. Wenn du mein Buch Looking Good Naked gelesen hast, dann kennst du die Planke. Die ist auch Bestandteil der Trainingspläne da drin. Kurz auf den Punkt gebracht heißt das, bei Übungen, die den Transversus Abdominus trainieren, handelt es sich weniger um dynamische Übungen wie Sit-Ups, sondern es sind vor allem Stabilisationsübungen. Und mit denen erwischst du den sehr gut und kannst ihn zusätzlich stärken. Ja, und falls du gerade erst bei Fitness mit Marc eingestiegen bist, dann sage ich nochmal ganz herzlich willkommen an Bord. Schön, dass du hier gefunden hast und viel Spaß mit den vielen, vielen Folgen, die es schon gibt. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle gerade, was kann ich denn tun, um einen flachen Bauch zu bekommen? Marc, du hast schon gesagt, Körperfettanteil spielt eine Rolle. Wo fange ich da an? Was ist da überhaupt wichtig? Und für diesen Fall habe ich dir in den Shownotes nochmal eine kleine Checkliste zusammengestellt, wie du einen flachen Bauch bekommst. Diese Checkliste beinhaltet die vier Elemente meiner Marc-Formel. Deswegen heißt er der Podcast auch so. Das ist erstens das mentale Training, die ausgebogene Ernährung, zweitens drittens richtiges Krafttraining. Darum geht es ja heute auch unter anderem. Und viertens das Cardio-Training. Und wenn du diese vier Elemente kombinierst, dann machst du Fortschritte. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Da kannst du dich nach Herzenslust schlau lesen und dann gerne auch zur Tat schreiten. Denn wenn ich den Schlüssel zum Erfolg, zum nacktgute Aussehen, in zwei Worten zusammenfassen müsste, dann sind es folgende zwei Worte. Ich wollte erstens anfangen und damit hast du ja durch das Hören dieser Folge eigentlich schon angefangen mit dem Anfang und zweitens das Dranbleiben. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Wir haben gesprochen über einen wenig bekannten Muskel und der ist dir jetzt aber hinreichend bekannt. Damit gehörst du. Sage ich jetzt einfach mal zu einem der wenigen Top-Experten, was den Korsettmuskel Transversus Abdominus angeht. Und der spannt sich, ja der Begriff sagt es schon, wie ein Korsett um deinen Rumpf und spielt eine Hauptrolle in der Stabilisation deiner Wirbelsäule. Und indem du ihn regelmäßig trainierst, führt das dazu, dass der Muskeltonus vom Transversus im Alltag ansteigt. Also ohne, dass du bewusst ihn anspannen musst, ist er im ganzen Alltag angespannt und schützt natürlich dann auch die ganze Zeit vor Verletzungen. Viel besser, als wenn er eben nicht aktiviert ist oder untrainiert. Er schützt auch vor Rückenschmerzen und, na ganz klar, er kann auch deine Taille schlanker erscheinen lassen wie ein echtes Korsett. Nur das ist dann eingebaut. Das hast du sozusagen von deiner Geburt schon mitgeliefert bekommen. Und wäre doch schade, wenn wir das nicht nutzen würden, oder? Am Ende des Tages wirkt dein Bauch flacher, wenn du hier einen höheren Muskeltonus hast. Und die meisten Menschen dürfen erst lernen, diesen Muskel bewusst zu aktivieren. Und dabei hilft dir die eben genannte 1-Minuten-Übung. Die darfst du ruhig jeden Tag machen. Nimm dir die Minute und mit der Zeit fällt es dir dann immer leichter, den Muskel zu aktivieren, bis du es mehr und mehr automatisch und unbewusst tust. Und das ist unser Ziel. Am Ende profitierst du dann nicht nur im Alltag von dieser neuen Fähigkeit, sondern bei allen Rumpfübungen und allen Grundübungen im Gym oder in deinem Home-Gym. Ja, und wenn du Körperspannung aufbaust, gib dir dein Transversus Abdominis in Zukunft im wahrsten Sinne Rückendeckung. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basis-Empfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. fmm wie Fitness mit Marc, ag wie Athletic Greens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast, über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.